Hey, ich stelle euch heute wieder Unikate vor. Diesmal habe ich mich für Zeichnungen in Aquarelltechnik entschieden und habe hier ein ganz schönes Trio ausgesucht. Ihr seht ja auch, wie herrlich diese Pastellfarben zusammenpassen und die stelle ich euch jetzt einfach vor. Also, als erstes haben wir diese mit dem blauen Innenfutter und den petrolfarbenen Böhnchen und schaut mal, da sind Mantas drauf. Also, ich finde das super schön und ich habe einmal im Urlaub einen Mantas gesehen und ich finde, diese Geschöpfe sehen aus wie unecht, einfach wie als ob die fliegen würden durch das Wasser und ich finde, das kommt hier mit diesem Stoff ganz besonders schön rüber. Der zweite Stoff aus dieser Serie, den die Kundin sich ausgesucht hat, der ist ganz ähnlich gemacht, der ist gegensätzlich dazu aber in so einem Rosaton gehalten, innen auch mit Fuchs ja gefüttert und hier sind Delfine drauf und jetzt schaut mal, wie schön die hier auf der Rückseite drauf sind. Die spielen hier. Das sind Orcas, das sind gar keine Delfine, oder? Einfach super schön und toll umgesetzt von der Künstlerin, die die Stoffe gemacht hat. Und als dritte Windel habe ich für euch Wale und das ist so ein Grünton hier, super dezent und auch ganz toll ausgewählt mit den verschiedenen Grüntönen hier in den Knöpfen, ganz stimmungsvoll alles gemacht und jetzt schaut euch mal diese herrlichen Wale an. Kann man hier ganz schön, ganz schön sehen, in verschiedenen Tönen und hier von oben. Ah, ich bin total verliebt. Jetzt zeige ich euch dieses Trio nochmal. So schöne Unikate suchen sich einige Kunden raus.